Das ist ja unge, unges. Wie mache ich Vollbild aus? Nein. 1,8,7. Wer ist das? Okay. Mein Oberlehrer weg. Das war der Jesus. Ich geh an meinem Klassenzimmer von meinem Bro vorbei. Mein Bro hat mich gesehen. Der Lehrer hat mich gesehen. Oh nein. Alter, holy shit. Oh, der Klaas. Und 12 kommt ohne Ladegeräte von 13. Komm mit der Teile. Boah, Dicker, wer lacht über sowas? Lustig. Das Video ist Turbo-Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich aus dem Vollbild rauskomme. Wer lacht über sowas? Wie komme ich aus dem Vollbild raus? Doppelt reinklingen. Oder das Cape. Ich, nachdem ich den Screenshot vom Chat an die gleiche Person zurückgeschickt habe. Das ist ein amerikanischer Sarg. Aha. Ach, kann man sich auf Dauer wohl fühlen hier. Ja. Ja. So. Das ist im Horrorcamp, na? Wer lacht über sowas? Das haben wir auch im Horrorcamp. Genau sowas. Kommst du mit rein? Das ist ganz normal. Das ist halt Fifa. Das ist wirklich einfach nur Fifa. Ist das normal, dass man so ausrastet oder hat mein Freund Aggressionsprobleme? Playstation. Unbekannte Rapper, bleibt wach bis 23.59 Uhr. Meine neue Single erscheint, es wird zu wild. Alle? Wer lacht über sowas? Chat findet es lustig. Chat enjoys. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt jemand zuhause sitzt, der sich komplett wegschmeißt, Digga. Der so posieren muss, weil er so heftig lach geht. Ich baue hier gerade eine Messstation auf, um Pflanzensignale zu messen und um diese dann zu vertonen. Und das Ziel ist heute ein Pflanzenkonzert zu proben. Was denn mit ihm? Was sind das denn für Pflanzen? Okay, pass auf, wir switchen. Ich hab ein besseres. Ich hab ein besseres Video. Das ist eigentlich ein lustiges Video. Das ist eine Romatra-Türe-Compilation. Das sind alle Momente, wo seine Mutter reingekommen ist. Ich lege dir noch drei Enterhaken rein. Ja. Ja, herein. Alter, jetzt nicht Romatra. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich hab ja vorher den... Wow. Cheater. This is content. What? Das ist überlich. Ja, herein? Ja. Ist er nicht 28? Ja, papa herein. Weiß ich nicht. Okay, jetzt passt. Bro, wie lebst du? Das kauf ich. So süß, Digga. No joke. Ja, herein. Ne, absolut nicht, Alter. Ah, was? Ach Digga. No joke, Romatra ist schon ein süßer Typ. Ist echt süß, ja. Ja, ich mach Romatra. Ja. Ah, was ist das? Ey, Antonio, bitte. So geil. Ja. Äh, Filan, jetzt. Bro. Seine Schwester. Doch, Doppelhunter. Guck mal, wie die da reinballern. Seine Schwester? Digga, das ist seine Mutter. Der kam aber grad die Schwester rein. Nein. Doch. Das war die Mutter, Bro. Nee. Nee, der war auch kurz die Schwester. Ja. Der Typ ist lost, ne, Jazz? Ja, was? Du schläfst. Verleg dich doch ins Bett. Oh, fuck. Du bist lost. Matra. Hast du's gehört? Ja. Ein Service Alert. Da ist ne Lithium-Batterie drin. Professionelles Unboxing. So sieht's aus. Hat er da seine Adresse geleakt? Nee, oder? Ist egal. Ne, jetzt? Oh mein Gott, wer hat nicht so le... Oh nein. Bunker S, die scheiß Adresse. Ihr Wig... Oh mein Gott, Digga. Fuck, ich bin nicht so dumm. Wolle du Timex hier. Das war wild. 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 Was ist eine Shammenbr 자�MC問 auf? Metallachstan Das ist schnell nicht so dumm. Alles war es nicht so dumm.